Das wär Bastard Was spiel ich noch mal Syndra? Ich weiß nicht welchen Skill ich als er skillen soll Q-I support? Keine Ahnung Mach ich einfach Gott Syndra Wisst ihr was? Ich verabschrieb mich schonmal von meinem Ringfinger Ich hab 0,8 Sekunden cooldown auf die Shit 4, 5, 6, 7 Okay, meine Ulti hat gerade legit 10 Kugeln Nur wenn ich einfach ein paar mal auf den Boden spamm und dann erdrücke Oh, das war immer ein guter upgrade Okay Minions have spawned First done Oh I was hiding bakj up i Ah, wenn uns zur noch noch Base ein aber gut egal welchen langen ließ nicht mehr nervig ich war da nur bis 3 bin klar ich schlechte die lanes zu das ist echt kacke ja komm doch komm doch erst früh nein 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 ich hab mir das verpackt keine ahnung keine ahnung wie wir das verpackt jetzt haben wir gefeateten S-Rail dankeschön gern geschehen ich hab gehört auf level 3 ficken die wobei jetzt nicht mehr ja das ist wie ihr gefeatet warum hat er sich Tränen geholt weil er ist vertanet ja ok ok warum hat er sich so viel base damage ok das hat er zwei oder und wie hat er sich das getroffen doch das macht zu sagen nur kacke oh ha 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 Nein, ich habe doch eh gedrückt. The fuck. Oh, verdammt. Ich mag den Vega. Der hat die Taric-Emote. Oh, das ist so cute. Loll. Okay, ich bin tot. Oh, ich lauf da rein. Ich lauf da auch mal rein. Der Karma-Kun. Das Lustige, natürlich müsste da was klingeln bei dir. Karma-Kun. Warum? Wegen Assassination Classroom? Oh, du Scheiße. Er ist hier schon überrascht. Oh. Au. Was denn? Wir können nichts machen. Ach ja, stimmt. Ich kann Katharina spielen. Da war ja was. Wie, du kannst deinen Kopf nicht auf der Tastatur hauen. Report. Er ist schon tot. Ich spiele dem Maokai die Tryhard-Variante. Oh mein Gott. Report. Fick dich. Wir müssen halt nur auf der Late Game warten. Was eigentlich so lange dauert. Infinite Level 6. Oh yeah. Ich sage ja, Maokai spielt die Tryhard-Variante. Gut. Mein Freund kann ich auch. Ich kann Second-Eython-White-Step bauen. Mein Freund. Mir gerade egal. Weißt du, wenn du AP-Maukai spielst, ist das nämlich balanced. Wenn du Tank-Maukai spielst, ist das Broken Word. Tank-Maukai stirbt nicht. Macht genau. Macht halt denselben Schaden, weil er halt spammen kann. Aber kann nicht verrecken, weil du musst halt bedenken, jedes Mal, wenn er getroffen wird, alle paar Hits, heilt er sich mit der Pässe. Wenn du Tank brauchst, heilt das so dermaßen viel. Der kacken Vogel, ja. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Ich sage ja, das ist broken. Der Maokai kriegt halt kein Damage mehr. Alter. Der Maokai muss halt nur eine Ult machen. Ich bin Half-HP. Macht Spaß. Ja. 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 Das ist ja noch mehr Bullshit an dem Typen da ist, der vermint einfach, dass es fällt. Mit seinen Kackvögeln. Ja. Das ist halt Swain ja nicht schön. Aber Swain ist nicht so gut in dem Modus. Der kann es so gut abusen, dass du keine Mana kosten hast und so. Aber es ist trotzdem kein guter Champ zum Spammen. Ich bin tot. Der war ja das. Der war echt gut. Ich bin echt nur leid. Ne. Bei Sprechschritte würde ich Sanna flassen. Dann würde ich auch mit der richtigen Explosion weggehen. oh 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 Bullshit Ich brauch Gold Ach stimmt, meine Ulti hat nen Cap in dem Modus Richtig, die hat nen Cap in dem Modus Wie viele waren's, neun Bälle oder so? Sieben Sieben Also vier zusätzlich Das hat mich damals, ihr kennt's, als ich, äh, all for, äh, äh, ne, war's so, one for all, der das glaub ich, gespielt habe Da hatte ich komplett das Team aus Syndras und das Cap der Ulti war einfach elf Bälle Ja, der Punkt, der Punkt war halt, wenn du Syndra gespielt hast ohne das Cap, sah das halt so aus auf ne gewissem Punkt Ich möchte anmerken, ich würde grad basically one-shot-Tower-Dive von dem Maokai Maokai Ich sag ja, das ist Broken, was der spielt Der spielt Tryhard Maokai Und das ist Bullshit Äh, ich bin ja lieber da schon Niemals Tank Maokai in dem Modus spielen, weil Tank Maokai einfach absolute Tryhard Variante ist Der Vega ist dumm Dumm und ziemlich scheiße Der Vega ist scheiße Der Herr Der 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 ... ... ... Okay. Du bist auch mutig durch Bischots zu laufen, wenn hier ne Monos in Mauke auf der Lane ist. Oh ja, ich muss topen. Komm, Mensch. Warum hat er sich nicht Feuer und Spaß gemacht? Wichtig Frage ist, warum zum Fick hat der eine Ulti gerade überlebt? Ist das ne APS-Fill? Ne, ist das ne ADS-Fill. Das sieht so komisch aus, wenn man Gromp nimmt und wirft. Danke. Irgendwer von euch hat gerade das Menü, das ich springen wollte. Genommen und... Uh, ID-Tank. Danke für keine Hilfe. Au. Au, er hat sowas geworfen. Ich möchte anmerken, die gewinnen gerade ein Pick-In-Quint für den Raokkei-Tank-Ball. Ich mein, guck dir das an. Der hatte ich gerade gehaftet als Tank. Voll mit Full-Magic-Grace. Ne, ich bin das gewohnt von Tanks gewohnt schottet zu werden. Der ist scheiße. Der Vega ist echt scheiße. Der Vega ist echt scheiße. Also. Komisch. sicher. Point & Click meine Freunde. Point & Click. Das sah buggy aus, das fuck. Okay, das ist gut, dass ich S-Refointen klicken kann. Sieh's, was ich meine mit, wir kriegen den nicht tot? Ich trau das nicht, dass er retarded zurückzulegen. Absolut retarded. Devin muss übrigens irgendwie was gegen den Maulke machen. Nee, ich hab schon Play of the One King gebaut. Alter, er macht die ganze Zeit dasselbe, er routet dich, dann macht er Q, mehr macht er nicht. Nee, das ist das einzige was er machen muss. Ist kein Lied eigentlich die Heilung von dem? Leben wieder. Ah. Ja. Wunderbar, warum er eigentlich so viel Leben, wie er bekommt. Ist halt ein Max-Selfwert. Ich mein, ich bin jetzt halt auch tot, weil... Wow, wow, das war zu knapp. Er kriegt halt jedes Mal, der muss das so sein. Jedes Mal, wenn der Basic Attack kriegt, der 550 Leben gerade. Und das geht halt später nochmal hoch, ne? Das macht keinen Schaden, Israel. Du bist jetzt witzig. Ich spucke auf dich. Wisst du was? Der kann mich mal am Arsch lecken. Ich bau jetzt Morello. Oh, nee, äh... Oh, du baust, äh... Baust Ding. Mortal Reminder, Devin. Das macht vielleicht sogar noch mehr Sinn. Ja. Aber das können wir jetzt auch brocken, wenn er noch Full-Life ist. Ich bau jetzt einfach nur Mortal... äh, Morellos, damit ich ihn auf einen gewissen Punkt überhaupt irgendwie töten kann. Halt's auf. Ich hab schon mal extra Kushner's Calling gekauft. Das ist sehr gut. Das fickt ihn halt komplett. Wenn du... Solange du ihn jetzt auch nur einmal angreist, können wir den töten. Weil halbe Heilung ist halt... Das ist gravierend bei ihm grad. Das ist alles, was ihm am Leben hält. Das ist die Pässe. Weil die Pässe sind in dem Modus halt immer triggert, wenn... Es ab ist. Wir sollten unbedingt den Dragon nehmen. Mhm. Ich hab schon seit Ewigkeit mein Schneeball nicht benutzt. Bäh. Holy shit. Nein. Das ist ja halt, dass es funktioniert jetzt. Ich bin in Verlustin geflucht, nur mit One-Shotten. Ich finde, dass die Animation, die du hast, zwischen dem Icon und dem Leute turfest, ist ziemlich passend zu dem, was du da machst. Ja, du wirst Schneebälle ab und dann so, with love, Syndra. Ja, ich glaube, wir haben Mau-Kai-Dame mit jetzt. Oh, sorry. Er hat auch nicht viel Amor, das heißt, du machst sowieso im Moment noch einen Arsch voll damage an dem Tüfen. Wieso habe ich... Der kotzt mich so an, ne? Das widert mich einfach an, dass der Full-Tank spielt. Nein, 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 nein. Dürfen. He, weh, weh Nein, nein. Es ist, es ist, ich sage einfach, der abused hat. Der abused hat. Er hat nicht verstanden, dass übluist ... Bei so weißt du, wenn du Ap spielst, kannst du Mau-Kai töten, er töte dich halt One-Shot. aber du kannst ihn töten hat der ernsthaft das QSS gebaut oder wird er davon nicht mehr permanent verreckt? Lull ich komm mir so langsam vor weil du so langsam bist gell? Lull das ist ein dummer angedanken okay kommt zu euch na das Spielchen solltest du inzwischen kennen oder? wieso mache ich null damage an dem? der hat sehr viel magie aus ganz gekauft ja ich hab Void Staff ich hab immer das Gefühl wenn ich Void Staff baue oh Gott das ist gegen die Trifon jetzt wirklich so hart ne? ich hab auch da neben geklickt jesus christ jetzt wurde ich ja bin gespucht komm aufhör der Typ widert mich halt einfach mal okay okay also der andere hat auf ihn hat geklacht also ja BG tryhard maokai es gibt eine Sache die man nicht macht und das ist Tank maokai spielen weil Tank maokai ist fucking unsterblich ich mein wir haben ihn hart gecountert wir haben es versucht aber es interessiert ja nicht ne? es interessiert einfach nicht welchen champion soll ich mal holen? einen guten ho situación das schlimme es gibt kein champion den ich mehr spielen will ich hab schon alle die ich spielen will ´mhhhhhhhhhhhhhh nein na super ey der Name vom ban.. äh des die Bananas Popo das war Name von Bananas Popo das war��요 Jusk Igriv ich geh grad bei mir ist mein kleines abgestürzt cool jetzt wieder normal unfühl ich finde wie läuft es so super hitler ich will nicht spielen wenn ich kostet ihn spielen ja dann franzosen damit lernen die nicht was sollen sie lernen dass sie gefälligst englisch reden nein spanier und franzosen die verstehen das nicht alles in full lp mal fight all in full lp mal fight was willst du machen ist halt unsterblich du spielst bist du ein arsch und ist einfach komplett viele ziele die ich sehr gut one shotten kann gefällt mir es gibt ein gedreht in pilter mit dem man alle leute auf dem gunst rune server aufspüren kann aber der der es gebaut hat ist einfach gestorben auf irgendeine komische art und weise deswegen kann es niemand verdienen ok der lore tipp auf jeden fall neu italiener so ich bin eine biene ich bin eine biene ich bin eine biene und ich heiße marvin ich will nicht auf dem lane mit maokai no no sir ich bin nicht maokai ich bin nicht anders oh da geht's denn da geht's denn da bist du da bist du sen ok dann haben wir keine in range I'm moving as fast as I can eine für die Minion Sie sind bereits tot, Sie haben noch nicht getroffen Oh, ich bin wirklich tot, Sie sind bereits tot Ich will das doch nur von hinten nehmen Mein Fall würde ich nicht von hinten nehmen Aha Pink Rock, Green Rock In A Hard Place Oh my Das musst du spammen Ich mag diese Voiceline Welche? Ja Äh Caught between a rock and a hard place Das ist immer so gut Du musst eigentlich spammen Oh my god So super Ich bin Pinotrant Okay 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 Oh, ich habe noch drei Liga Oh nooo Oh nooo So Sie hat uns gecountert So, coole Okay Fuck Sow Good Ich kann ja gar nichts, richtig? Kann ich doch nicht Duusstattest du kånen? Das du überhaupt... kacken kannst Ja Yes Ich habe gerade einen Schneeball gelassen Nein Du kannst nicht queuen Du bitch Goin Nein Nein Tschüss AP Was gegen mir viel AP Hahahaha 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 Du bist schon потер, du vielleicht nicht ganz aufgetreen Du bist schon потер, du jetzt nicht aufgeteilt Und jetzt gehen wir Please, do not try this at home. Fies, kacke. Oh, shit. Kumpel, ich bin hinter dir. Ich steh, ich steh voll und ganz hinter dir. Zweideutig. Ich steh nicht, ob die Leute AP Shaker spielen wollen. Ich steh nicht mehr. In den guten alten Zeiten. Jetzt geht der shit out of me. LOL. LOL. XD XD LOL. Oh, ich dachte schon. Holy shit. Ich starte gerade, er hat mit seinem Schneeball gerade mein Q get cancelled. Oh, mein, das ist telling me nooo. But my body is telling me that. Puh. Wow, sie hat den Outplay-Button gefunden und hat sich nicht mehr überlebt. Oh, das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. Und tschüss. Und tschüss. Oh, das ist nicht so gut. Oh, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. E-Mode-Spend-I-Mode. LOL. Der ist geplatzt. Lass die herkommen. Lass dir ruhig herkommen Der Vega kriegt's aber auch echt immer in den schlimmsten Situationen Aber so Slowlife steht im Busch, denkst du immer Haaa I survived No way LP Malefighter Ich hab grad schon aus dem LP Malefighter, holzchen Ich hab niemals gesagt, dass AP Malefighter so viel Spaß macht LP Malefighter ist einfach so, du siehst ein Gegner Ult Lol, die Ult hat dann 100% APs gelten Ja, okay Holy shit, das war close Ich lache, lacht dein Klon auch Das ist super 15 Sekunden ist die Teil hier auch tot Im 15 Sekunden Wisst du das ist geil, dass man meine Ulti überlebt Und stirbt Wegen dem Cooldown hat's Die 2 Sekunden Cooldown Ey, wenn du reingehst, ultisch dich Ey, wir müssen Wir müssen, wir müssen mal Surprise Shen machen Du musst mich ultchen, wir haben die Person rundig bereit Nice Unkindled Force Ich hab keine Psycho, das müssen wir gleich mal machen Surprise, äh, Surprise Ja, du holtest, du holtest mich Und ich geh praktisch mit Q und die Gegner rein Aber anstatt sichtbar zu werden, kommt einfach ein Shen aus dem Nichts Surprise, fuck sex Das ist der absoluten Vollmögen Das ist der absoluten Vollmögen Na, komm Gameplay intensifies Ich find' schön, wie er sich irgendwo lustig macht, dass er einfach so spielt Warte, warte, als du wirklich Q drückst, ultisch dich, damit ich halt aus der Q rauskomme Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? So in etwa, ja Schade, zu spät Das war Das war viel zu spät Swag kill Nein, du machst Damage Warum macht sie Damage? Kann ich noch? Kann ich noch? Schade, wirklich Jetzt werden wir wieder Luftatmen So, jetzt hab ich White-Steph Das war schon Schade, schade, schade Schade, schade Das war schon Musik Das war noch nicht Ich hab auch schon Oh ne Scheiße, wir müssen uns grad anhören, wie so richtig so wie Mädchen oder irgendwie so ein bisschen irgendein Kupen. Zum Glück nehm ich alles auf. Die Versorgung haben uns gerade an. Das ist einfach zu witzig. Zum Glück nehm ich alles auf. Oh neiiiice! Don't! Ich werde sowas von hochladen. Bild Lande, 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 lande Okay So, weg Ilya hat gedacht, die könnte etwas Oh, 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 speckdodge Don't even lock him Don't risk the bitch Nein Dann besser, was schneller geht Fucked Flash auto 10 Was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Wir gewinnen im game Oh, oh, hi Easy Oh, gut Oh, fuck Fuck Ich weiß noch nicht, warum ich dafür gerade einen Assist bekommen habe Ich weiß noch nicht, warum ich das nicht Was ist denn Was ist denn Was ist denn Wir sind Gegner Die sehen uns Die sind tot Duальную Alter Ich kann nicht mehr Atmen gefährde Ich bin Jews Ich kann nicht mehr Atmen Ich kann nicht mehr Atmen Jacke runter Ich apparent 4 Ich weiß noch was Oh runter, alter Ich geh auf K. Ich geh auf K. Nein. Easy Boys. Ein Clown lebt auch noch. Wir haben einfach so ein richtiges Arschloch-Team, ganz ehrlich. Das ist halt echt so. Das ist Bullshit. Okay, ich denke, ich habe mich beruhigt. Das ist gut. Das ist nämlich nicht gut, wenn du aufhörst zu atmen. Das ist ungeschehen. Und für deine Gesundheit. Help. 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 Riech ich dich, meine Pässe ist verkehrt. Wie will die Irelia bitte Schaden machen? Ja, sag ich ja. Easy. Ochre-Face des Tages, meine Freunde. Ich bin jetzt voll da zu. Tschüss, ABC. Tschüss, IPC. Tschüss. Tschüss, IPC. Hallo Leute. Ich habe alles nur. Wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind nur eins. Ach du Scheiße, ey. Ich spiele meine Zähne nicht mehr. Also ich spiele bei meinen Zähnen so ein richtiges Kribbeln. Ich hatte, wenn ich immer einen Lach-Dash kriege, dann spiele ich meine Wangen einfach nicht mehr. Ich habe auch die ganze Zeit so ein richtig ekelhaftes Grinsen im Gesicht. Holy Shit. Alter. Tschüss. 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 The fuck I am. Ahhhh. Holy Shit. Oh shit. I need to spandering, du buy it. The fuck I am. Ahhhh. Oh shit. Oh shit, I need to try to. Oh shit, I will see you can see how easy I can do, you know, you got it. Oh shit. Schloss Reiner, total schreckt noch. Nein, da bin ich da reingegangen. Ich meine, auch ein Zeck von hinten gewesen, weil sie tot gewesen. Gute Spiel, gute Spiel. Das ist so dumm. So, so dumm. Philistix versuchte alleine zu pushen. Ich schaffte es bis dahin noch. Keine Ahnung, keiner von uns lebt noch. Ich werde für den Six-One-Shotten, keine Angst. Ja, ich auch. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, es ist etwas zu spät für ein Hextech-Gunplate. Achtung! Warum Achtung? Weil der gerade Arcade durchkam. Ich dachte, ich war nicht mal von dem Feuerwerk, bevor... Feuerwerk wäre ganz gut. Ja. Kannst du den Rest haben. Ich... Ich kam nur... Ich kam nur weg. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist so fucking dumm. Ich hatte noch nie so viel Spaß in den Gottes. Ich schaff' Ich schaff' Jetzt auff' Ich schaff' Das ist einfach einmal jede Tastatur vergewaltigen. Fiddle. Bye. Was für ein Fiddle? Fuck's a Fiddle. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich steh jetzt einfach hier und laute Attacken den Scheiß. Nein, laute Attacken hab ich gesagt. Nein. Oh. Bitch, du willst nicht. Oh, der zuändert. Oh Gott, oh ne. Oh, die hätte mich einfach nur attacken können. Nein, die hatte Angst vor mir. Die dachte ich gehe rein.